Hallo, es grüßt euch die Feuerwehr Friesenheim aus Baden. Wir wurden auch nominiert, und zwar von der Feuerwehr Friesenheim aus Rhein-Hessen. Wir möchten euch auch beweisen, dass wir einen harten Kern haben. Nun zeigen wir es euch. Los geht's! Ja, ich bin zum Vorhaben! Nicht, die Büsse! Hey, geht's jetzt! Mannschaft ins Wasser! Stopp! So, wir haben es euch bewiesen. Wir haben auch einen harten Kern. Wir nominieren auch, dass das Spiel weitergeht. Wir nominieren die Feuerwehr Meißenheim, die Feuerwehr Linnig aus Nordrhein-Westfalen, Löschzug 1, und die Feuerwehr Senden aus Bayern. Viel Spaß!